BGS. Hallo, hier ist euer BGS Michi. Heute zeige ich euch eine kleine Auswahl der Spezialschlüsselsätze von BGS Technik. Genau an so schwer zugänglichen Stellen wie dieser, wo sich Rohrleitungssysteme befinden, sind natürlich auch Überwurfmuttern. Und um die schnell und einfach zu lösen, nehme ich den Maul-Ring-Schlüssel von BGS Technik. Und dieser hat natürlich eine Ratschenfunktion. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Für mich ist es einfach, mit dem Spezialwerkzeug in jede Ecke zu kommen, aufnahmetechnisch nicht so einfach einzufangen. Deswegen zeige ich euch einfach mal das Prinzip an dieser Schraube. Ein weiteres Produkt von BGS Technik ist der Leitungsratschenschlüssel. Wie der funktioniert, zeige ich euch jetzt. Diese beiden Schlüsselsätze bekommt ihr in verschiedenen Größen bei BGS Technik. Für mich ein super Tool in der Praxis. Bleibt dran, euer BGS Michi. BGS Technik. 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 BGS Technik.